Ja moin zusammen, super, dass ihr auf den Donnerstag wieder dabei seid und wir sagen Nein zu RB. Nico LW, die sagt Ja zu unserer Borussia bis 2027 und es ist 1900% Tradition diese Woche. Wir lieben Tradition, wir lieben unsere Borussia und wir werden gegen RB alles geben, die Fans, alle miteinander, dass wir das Spiel gewinnen oder erfolgreich zumindest gestalten. Und wer Tradition liebt, lässt jetzt gerne ein Abo, einen kostenlosen Daumen nach oben da für Burschis Borussia. Ja, und es ist immer ein prickelndes Spiel gegen RB. Es gibt viele Randthemen. Ich würde mich einmal kurz dazu äußern und dann gehen wir zu den aktuellen News und den sportlichen Dingen. Grundsätzlich ist es so, am Samstag wird es wieder Protest geben, 90 Minuten wird gefiffen mit Trillerpfeifen. Ja, grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn man gegen etwas protestiert, was einem missfällt. Und ich finde die Aktion auch gut, ob uns das der Mannschaft hilft oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn man gegen Dinge aufsteht, die man grundsätzlich ablehnt. Und da bin ich dabei. Commerz gehört im Fußball dazu. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Borussia hat auch ganz, ganz viele Werbepartner, auch Sportwettenpartner. Ja, und die zahlen uns auch nicht mit Nüssen, sondern mit Geld, um etwas zu entwickeln. Das ist ganz klar. Nur bei RB ist es halt so, es ist halt vor allem ein Marketingball. Es ist ein Marketingball. Ein Unternehmen kauft sich einen Verein, einen Unterklassigen, führt ihn nach oben und nutzt ihn als Marketingball. Das hat mit einem Verein nichts zu tun. Das ist ein Unternehmen, der in einer Struktur mit mehreren Vereinen, Salzburg, New York und noch ganz, ganz vielen anderen eingereiht wird. Und das gilt aus meiner Sicht abzulehnen. Weil sonst haben wir das, was wir jetzt sehen, 15 Leute im Auswärtsblock. Und dann gehört Fußball nicht mehr den Fans, sondern irgendwelchen Unternehmen. Und dann ist es irgendwann vorbei mit der Stimmung. Und das lehne ich grundsätzlich ab. Und deswegen finde ich die Protestaktion sehr, sehr gut. Wie, ob man die so gestalten muss, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es immer gut, wenn Leute gegen etwas aufstehen, was ihnen missfällt. Und ja, Fußball gehört einfach den Fans. Ohne Fans ist der Fußball ganz, ganz wenig. Und ja, natürlich kommt Max Ebert zurück. Das muss er selber wissen, ob er morgens noch in den Spiegel gucken kann. Bei Borussia hat er immer diese Spielergeschiebe abgelehnt. Erster Transfer, sei weit und stellt sich dann hin und sagt, das ist ein Transfer wie jeder andere. Muss er selber wissen. Das ist nicht mein Bier. Wir haben genug Probleme. Wir brauchen dringend Punkte. Und darum geht es. Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und da hat heute jemand den Grundstein gelegt, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe. Nico Elwedi hat seinen Vertrag bei unserer Borussia verlängert bis 2027. Man muss sich mal vorstellen, der ist in dem Jahr, wo Lars Stindl zu uns gekommen ist, ja, auch zu uns gewechselt. Er ist, glaube ich, 18-, 19-Jähriger. Hat sich durchgesetzt. Hat mittlerweile schon 272 Spiele für unsere Borussia gemacht. Ja, war eigentlich immer da. Hatte jetzt auch eine schwierige Phase. Anderthalb, zwei Jahre, wo er einfach auch nicht am Leistungslimit war, wie ganz, ganz viele andere. Ich hoffe einfach, dass er da wieder hinkommen kann, unsere Abwehr stabilisieren kann. Das brauchen wir unbedingt. Und ja, es war für mich überrascht, dass der Vertrag doch so lang geht. Ich hatte eher mit einem Jahr gerechnet. Jetzt ist es bis 2027 geworden. Wie kolportiert wird, hat er eine Ausstiegsklausel, ob es jetzt 10 Millionen sind, 15 oder 20. Ist reine Spekulation. Und wann die gilt? Also ich habe auch schon gelesen, vielleicht sogar erst ab 2025. Das ist alles nicht bekannt. Ja, trotzdem finde ich es ein wichtiges Zeichen von Nico Elwedi. Und man muss sagen, wohl ein wirklich großes Kompliment. Also es geht keiner mehr ablösefrei. Wir werfen gleich mal einen Blick auf die auslaufenden Verträge 2024. Roland Wirkus hat da absolut sauberen Job gemacht. Und dafür gilt es, den Hut zu ziehen. Und jetzt brauchen wir Punkte. Und Nico Elwedi wird hoffentlich dazu beitragen, uns auch jetzt langsam da unten rauszuführen mit zwei Punkten. Und ich bin optimistisch, dass das klappt. Und ja, ich finde es sehr, sehr gut, dass wir die Vertragssituation aufgelöst haben. Und Nico Elwedi möchte dabei helfen, den Umbruch zu meistern. Es ist eine schwierige Phase, viele neue Spieler, viele Abgänge. Das muss ich erstmal finden, ganz klar. Wir haben schon gute Ansätze gesehen. Die größte Sorge eigentlich war, dass wir keine Tore mehr schießen. Wir kriegen leider zu viele hinten rein. Das muss sich noch stabilisieren. Und dann werden wir auch eine stabile Saison, eine sichere Saison spielen. Da gehe ich von aus, jetzt am Wochenende ist nochmal ein heißer Tanz gegen RB. Und dann kommen Gegner, wo du absolut punkten musst. Klar, Augsburg und Darmstadt hätten zwei Punkte mehr sein müssen. Du bist jetzt zwei Punkte hinterher, aus meiner Sicht. Aber mal abwarten, wie es gegen RB wird. Das Stadion wird nach 19 Minuten sowas von brennen. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir eine stabile Defensive an den Tag legen, dann glaube ich, ist auch gegen RB was drin. Ich habe sie gegen Young Boys Bern gesehen. Das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber klar, dass da wieder eine starke fußballerische Mannschaft zu uns im Borussia-Park kommt, ist ganz klar. Und ja, noch kurz zu den Verträgen, die 2024 auslaufen. Roland Wirkus hat aufgeräumt. Roland Wirkus hat aufgeräumt. Klar, Wöber, Jordan, ausgeliehen. Stevie, Hannes Wolf, Patrick Herrmann, Toni Janschke, Sippel, Ducouré. Aber alle, die wirklich richtige Leistungsträger sind und nicht ausgeliehen sind. Stevie natürlich ist halt bitter. Da wünschen wir ihm eine gute Besserung. Haben einen langfristigen Vertrag und dafür werden wir Geld bekommen. Und dafür, davor ziehe ich ganz klar meinen Hut. Und Nico Elvedi kann Rekord, also kann einer der Rekordspieler von Borussia werden. Also wenn er jetzt diese Saison, diese Saison könnte er schon seine 300 Spiele für Borussia machen, was natürlich der absolute Wahnsinn ist. Ja, könnte sich ausgehen, glaube ich. Könnte sich ausgehen. Oder dann nächste Saison mit 26. Der Junge ist echt noch richtig jung, kommt einem gar nicht so vor. Aber er ist halt auch schon dann acht Jahre bei uns, was der absolute Wahnsinn ist. Und ich habe mich riesig darüber gefreut. Und jetzt kommen wir zum Spiel gegen RB Leipzig, dass da fußballerisch eine Qualität auf uns zukommt, die unserer wahrscheinlich aktuell ein bisschen überlegen ist, ist ganz klar. Also die haben auch eine neue Innenverteidigung mit Lukeba, Simakon. Mal gucken, wie eingespielt die sind. Da müssen wir schon auch zusehen, dass wir offensive, ja, dass wir offensive Aktionen kreieren können. Hinten reinstellen, das wird nicht funktionieren. Ja, Xavi Simons musst du natürlich extrem aufpassen. Also ich selten, selten so einen guten Fußballer in der Bundesliga gesehen, muss ich einfach so zugeben. Ich habe ihn jetzt öfters mal beobachtet. Das ist schon ein wahnsinnig Fußballer, der kann schon extrem gut kicken. Und vorne drin Openda, Cesko, die sind auch nicht schlecht. Ja, also über die Qualitäten müssen wir nicht reden. Ich glaube, dass wir diesen Xavi Simons stoppen können. Und Forsberg natürlich auch immer für eine kreative Aktion zu haben. Und daran gilt es, das aufzuhalten. Und meine Ausstellung gegen Borussia wäre erstmal die, die Frage ist halt, Seohana hat sich in der PK auch zu Manu Cuné geäußert. Cuné und Kramer sind definitiv wieder im Kader. Ich konnte jetzt noch nicht raushören, ob Cuné wirklich einer für die Startelf ist. Ich glaube es eher mal nicht, aber da hat er sich auch nicht in die Karten gucken lassen. Thomas Schwanscherer ist auch noch höchst fraglich. Konnte bis jetzt noch nicht trainieren, aber er hat es auch nicht ausgeschlossen, dass er zumindest im Kader steht. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich gehe mit einer Dreierdefensive, Wörber, Itakura und Elwedi. Ich glaube für Marvin Friedrich wird es extrem schwierig jetzt durch Niko Elwedi, wenn er seine Leistung bringt, wieder in die Mannschaft zu kommen und sich keiner verletzt, weil Elwedi einfach, glaube ich, schnell ist. Schneller als Friedrich und das brauchen wir aktuell. Und mit Wörber und Itakura sind sowieso gesetzt. In einem 3-5-2 spielt bei mir Honorar rechts. Skelly braucht, glaube ich, eine Pause. Und Luca Netz schafft es bei mir in die Startelf wieder. Weigel auf der 6. Neuhaus und Reitz auf den 8er-10er-Positionen. Ich glaube, es würde extrem wichtig sein, das wäre ich auch nicht müde zu betonen, dass Neuhaus einen Sahnetag hat. Also der muss wirklich die Stürme einsetzen, der muss die Bälle halten können, der muss das Spiel aufziehen können und da brauchen wir den Neuhaus aus der zweiten Halbzeit in Darmstadt. Genauso muss er es machen. Und wenn er das schafft, dann kommen wir auch absolut für Punkte in Frage. Und ich würde mal mit einer Doppelspitze Schwanscherer und Jordan gehen. Sollte Schwanscherer ausfahren, glaube ich, werden wir mit in Gumu vorne drin spielen, um einfach auch noch mehr Tempo reinzubekommen in die Mannschaft. Man könnte natürlich auch Rano stellen. Es bleibt abzuwarten. Luca Netz, ich glaube, er hat in der 5er-Kette definitiv seine Qualitäten. In Gumu sehe ich da nicht. Robin Hack könnte man eventuell erstellen. Da gibt es viele Varianten. Ich gehe aber erstmal vorne drin mit Jordan und Schwanscherer. Eventuell könnte man auch mal den jungen Ranoß reinbringen. Und wir werden ein anderes Spiel sehen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so eine Halbzeit wie gegen Darmstadt sehen. In der ersten Halbzeit. Daran glaube ich nicht und das hoffe ich auch nicht. Plea braucht, glaube ich, eine Denkpause. Obwohl natürlich Plea an einem guten Tag auch immer für ein Tor in Frage kommt und absolut stark ist, würde ich mir wünschen. Aber ja, nach dem Auftritt ist es natürlich jetzt schwierig, der Mannschaft zu vermitteln, dass Plea spielt. Und ich glaube, deswegen kannst du ihn auch gar nicht ausstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Aufstellung in den Kommentaren. Und jetzt, wie immer, gibt es meine Tipps zum Wochenende. Stuttgart ist gerade extrem gut drauf. Die werden das Ding 3-1 gewinnen. Auch Bochum in München wird keine Chance haben. Ich glaube, der BVB wird 1-1 spielen. Union Berlin gegen Hoffenheim. 2-1 Union. Wir werden das Spiel 2-1 gegen RB Leipzig gewinnen und damit unsere ersten drei Punkte einfahren. Und mit fünf Punkten nach fünf Spieltagen bei dem Auftragsprogramm werden wir, glaube ich, auch wieder im Soll. Und dann kommen die Spiele Bochum, Mainz, Derby in Köln und zu Hause gegen Heidenheim. Und da musst du punkten. Da musst du wirklich in den vier Spielen... Acht Punkte wären ja schon sehr, sehr nett. Warten wir es mal ab. Augsburg gegen Mainz. Schwieriges Spiel. Mainz ist gar auch nicht so gut drauf. Bremen gegen Köln. Ich glaube, das wird Bremen 2-1 gewinnen. Leverkusen wird 3-1 gewinnen gegen Heidenheim. Obwohl Heidenheim gut drauf ist. Bremen weggehauen, aber in Leverkusen. Leverkusen ist aktuell zu stark. Frankfurt, auch in Bochum werden wir auch nicht hinfahren. Bochum wird ein ganz, ganz heißer Tanzen nächste Woche. Ich habe das Spiel gegen Frankfurt gesehen. Da hatte Frankfurt auch Glück, dass sie überhaupt gewonnen haben. Gehe ich mit einem 2-2. Und das sind meine Tipps zum Wochenende. Und wenn ihr heiß mitdiskutieren wollt, gibt es natürlich den Discord. Aktuell 2.350 Leute einfach der Wahnsinn. Bilder aus dem Stadion, Tickets, also nicht Tickets außen, sondern Diskussionen über Tickets, Fahrgemeinschaften, Spieltagstalk, Pressekonferenz. Hier gibt es alles Mögliche. Und heute Abend um 18.40 Uhr circa bin ich bei Sky Sport News zugeschaltet, um über den Saisonauftakt unserer Borussia zu sprechen. Da werde ich natürlich klare Kante beziehen. Ich freue mich drauf. Und vielleicht haltet der ein oder andere auch ein. Und macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia, Raute ist, was hier zählt. Da ist kein Check voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Wo ich schieße Borussia, Raute ist, was hier zählt. Alle Gleichkeiten über den besten Verein der Welt. Wir sind so schnell. Vielen Dank.